So, wir sind heute in München, im Red Stage, ja, vorhin die ganzen Sachen ausgeladen und wir haben immer eine Menge zu schleppen, wir hatten heute einen besonders weiten Weg zur Bühne, das war ein bisschen nervig und es war noch nicht mal Rollwaden etc., es war eigentlich nichts da, wir müssen alles anpacken. Ein riesen Dankeschön an Innsbruck und die Leute, die da waren, ist einfach der ober Wahnsinn. Also für Dienstagabend, Chris, was sagst du zu Innsbruck, schnell, ein Comment, ein Ablaute. Innsbruck, ich muss dazu sagen, ich habe sowas noch nie erlebt. Sehr dankbar geworden. Ja, sehr dankbar geworden, so kann man sagen. Geiler Scheiß. Am Anfang war es mal sehr zurückhaltend, das ist ja normal, wenn natürlich irgendwie, ich sage mal, Newcomer-Bands in dem Ort hinkommen, die halt längere Zeit nicht da waren. Aber ab der Hälfte, drei Viertel des Sets, die hatten Bock, die hatten einfach Laune. Wir hatten umso mehr Bock und es wurde einfach umso besser. Also es war einfach eine tierisch geile Sause und von daher, Innsbruck kommt immer gerne wieder. Naja, also... Wie würdest du sagen, Chris und ich hatten die schädigste Pizza, die es überhaupt gab. Ja, ich weiß nicht, welcher Laden das war, ich kann auch, ich will auch nicht sagen, wo und wie, aber was, aber... Wir haben sie aufgegessen. So, und wir haben sie auf den Gisen. So, ich bin und 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 ich bin. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018